Achso, okay. Ja, ich hab's nicht gesehen. Hat Spaß gemacht. Ja, ja, sicher. Sehr schön. Hat's euch auch Spaß gemacht. Ja, ja. So wie ihr mitgemacht habt, ja? Noch besser als... Ich fand das super. Ganz gerne. Und guck mal, ihr schmitzt gar nicht so wie der Topic. Wir nehmen einmal das Handloh, einmal was zu trinken. Da gibt's bestimmt auch Fotos und Autogramme mit dir, ne? Ja, ja, die geb ich aber dann da, ne? Neuer Dings, ja, ich soll jetzt da hin, in diesen Toko-Pan-Shop, und soll ich da hinstellen, Autogramme. Da hat man mir gesagt. Ah ja. Also, er soll da hinten. Ich hab mir das nicht einfallen lassen. Ich auch nicht. Wir treffen uns dann da hin. Ich treffe mal da hin und dann sehen wir, was passiert. Leute, kommen von selber. Vielen Dank euch. Einen Applaus für Tom Lehl. Danke euch. Tschüss.